hallo zusammen aber leute ich war gestern ein bisschen trinken und ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte echt bock auf diese geilen steaks jetzt bin ich ganz ehrlich und zwar ist das ein steak baguette mit schwein was dieses schwein darin zu tun hat und wie ich diese steak baguettes zubereitet habe seht ihr in diesem video viel spaß dabei ja und das sind auch schon die zutaten die war noch richtig schönes deftiges baguette sag ich jetzt einfach mal baguette ist ein gutes stichwort das brauchen wir brauchen salz pfeffer ein bisschen soße dann habe ich das secreto secreto zeige ich euch gleich noch genau was das genau ist dann zwiebeln paprika und einen herzhaften käse und zwar provolone könnt ihr natürlich auch an anderen käse nehmen der ist halt wirklich schön herzhaft aber auch schön prägnant vom geschmack her kann ich wirklich nur empfehlen und ein bisschen butter das secreto und zwar seht ihr das hier schon das ist so richtig schönes flaches langes teil oder muskelstück sagen was man eher das ist sehr fett durchzogen doch einige fragen sich sicherlich wo kommt das dann vom schwein her deswegen habe ich hier unseren propaganden das schweinchen wenn man das so betrachtet hier vorne ist halt der vorderlauf hier hinten ist der nacken und hier hinten im hinteren bereich das heißt hier dieser rückenmuskel das ist das secreto deshalb sehr sehr viel so ein bisschen weil er ja auch der speck in der nähe ist selbe fett durchzogen und es wird kontraktions mäßig das heißt das schwein bewegt sich ja durch die vorderläufe mittelmäßig beansprucht aber dementsprechend ist es auch durch das fett sehr aromatisch genug der theorie jetzt beginnen wir erstmal die zutaten anzuschneiden der vorteil ist man braucht nicht sehr sehr viel vorbereitungszeit und wie gesagt ein perfektes gericht wenn man vorher ein bisschen getrunken hat zum beispiel einfach die zwiebel schälen und dann in halbringe runterschneiden bei der paprika haben auch ein streifen schneiden dazu einfach hier oben jetzt die paprika rundherum einmal in der mitte einschneiden und dann kann man die richtig schön so aufbrechen und das schneiden wir dann jetzt schön in schöne lange streifen das gemüse geschnitten und kommen wir jetzt zum baguette ich nehme immer ganz gerne diese rustikalen aufback baguettes weil die knuspern dann gleich auf dem grill noch mal richtig schön auf die müssen wir jetzt aufschneiden das heißt ich hab ihre das jetzt erstmal und schneide das dann in der mitte auf und dann müssen wir das ganze natürlich auch noch buttern ich habe jetzt hier die gute kerry gold genommen weil ich bin ehrlich ich habe vergessen die butter aus dem kühlschrank zu nehmen und die halt weich zu machen das heißt einfach ein bisschen kerry gold nehmen und die seiten damit bestreichen und dann gleich zum schluss mit ein bisschen finnischer salz würzen dann müssen wir jetzt nur noch das fleisch schneiden beim fleisch machen wir auch keine gefangenen und zwar nehmen wir uns einfach so ein langes stück und schneiden da mehrere kleine dünnere streifen von und dann sind wirklich alle vorbereitungen abgeschlossen und dann heißt es jetzt an den grill gehen der grill hat jetzt eine richtig schöne hohe indirekte hitze und zwar habe ich das setting wie folgt aufgebaut auf der rechten seite haben wir jetzt eine planche liegen da braten wir jetzt gleich alle zutaten drauf an hier habe ich die baguettes in der hand und die liegen nicht ohne grund auf der hand denn die kommen jetzt hier in den indirekten grillbereich da können jetzt so langsam auf temperatur kommen und ja dann schmilzt die butter oder die gute kerry gold schmilzt dann so ein bisschen und in der zeit wo das dann hier auf knuspert bereiten wir hier auf dieser seite jetzt die anderen zutaten zu ist wie gesagt alles richtig schön heiß wir nehmen jetzt einfach nur ein tropfen öl und darauf platzieren wir jetzt die zwiebeln und braten die richtig schön an damit die halt richtig schöne röstaromen bekommen zwiebeln sind jetzt richtig schön knusprig angebraten haben jetzt auch eine richtig schöne farbe jetzt schieben wir alles beiseite und zwar in den hinteren linken bereich da können die zwiebeln erstmal ein bisschen verweilen die unteren werden jetzt natürlich ein bisschen nachgarn aber was wir jetzt machen und zwar wir nehmen uns jetzt einfach den neu gewonnenen platz und haben jetzt hier die paprika streifen die liegen einfach mit drauf und die werden dann auch richtig schön mit angebraten paprika ist jetzt auch richtig schön weich das heißt vermischen jetzt quasi die paprika mit den zwiebeln zusammen und schieben das dann auch wieder nach hinten und dann kommen wir dann jetzt gleich zum fleisch wenn jetzt alles soweit angebraten ist und dann hinten richtig schön in die ecke geschoben wird kommen wir jetzt zum fleisch und das legen wir jetzt einfach hier mit auf die planche drauf und verteilen das richtig schön das ist richtig schöne röstaromen bekommt der geruch der alleine der jetzt hier hochkommt der ist halt wirklich schon genial wie gesagt das jetzt einmal nur kurz anbraten dann geht es gleich weiter ist jetzt alles miteinander vermischt und jetzt nehmen wir einfach ein bisschen salz her und würzen das ganze mit ein bisschen salz und natürlich mit ein bisschen pfeffer und lassen das ganze noch mal so zwei minuten schön anbraten bevor wir dann zum käse kommt wenn das ganze jetzt noch anbrät nehmen jetzt hier einfach ein bisschen soße und beträufeln die oberseite und lassen das ganze dann jetzt auch noch für weitere zwei drei minuten noch ziehen im indirekten bereich ist jetzt soweit alles vorbereitet ich habe alles schön mittig gelegt ist richtig schön an durchputscheln und jetzt kommen wir zum provolone also den käse den mag ich besonders gerne war wie gesagt er ist halt schön mild aber trotzdem herzhaft das einfach hier oben drauf legen und dann gleich die hitze unten drunter ausmachen und die nächsten brenner daneben das heißt in dem fall den mittleren brenner an machen damit der käse gleich richtig schön schmilzt käse müsste jetzt geschwollt zu sein genau perfekt und jetzt teilen wir uns das ganze auf und zwar gehe ich jetzt mal hierher und schieb das mal so ein bisschen beiseite das ist so ein bisschen vergleich haben und her schieben und der provolone leute wie der riecht das ist echt der wahnsinn also das kann ich wirklich nur empfehlen jetzt haben wir das hier einmal so geteilt jetzt nehme ich mir eine hälfte von baguette zur hand und zwar mit der soße nach oben das ist ja die oberseite jetzt gehe her und nehme einfach das und klappe das hier so drauf dass der käse halt wirklich oben drauf ist und wenn was daneben fällt ist es auch vollkommen egal das was jetzt noch nämlich mit runter gefallen ist das nehmt jetzt einfach her und deckt es quasi noch mal oben drauf richtig schön den käse mitnehmen dann die unterseite nehme ich jetzt einfach mal klappt ihr hier so drauf richtig schön zusammendrücken und alles wie gesagt hier übrige platte und schon habt ihr das steak sandwich auch schon fertig und da haben wir das steak baguette oder das schweine steak baguette er gesagt und ich drücke jetzt mal mein gesicht da rein das heißt auf euch richtig lecker und das schwein das passt perfekt zu die soße auch kann ich auch nur empfehlen richtig geil jetzt kommt das hat richtig durch mit den zwiebeln mit der paprika ein bisschen pfeffer ja kann ich wirklich nur empfehlen dass so nach durchzechten nacht halt wirklich genau das geile was man braucht damit ihr das auch nachmachen könnt habe ich euch alles unten in der infobox verlinkt auch das rezept gibt es hier immer auf der spielte ich erst das noch zu ende und für sagen bis dahin